Ök. Hallo. Ök. Ök. Föck. Ich bin noch am ziehen und du hast schon ab... Oh, den nach oben will ich runterschießen. Oh, ich nehme noch den da. Knall. Ah, da kannst du die Dings zerschießen, wenn du das möchtest. Aua. Ja, da habe ich die falsche Waffe für. Oh, ja, Wetter. Ganz gierig, der Schneeballschlacht hier. Bitte schau dir vor. Aua. Nein. Aua. Ich schmeiße mich neben den Kopf. Oh, du hast ja nichts zu tun da hinten. Ja. Aua. Aua. Sehe ich da mich schon. Der Krebel. Au. 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 Oh, ich habe so wenig Gesundheit. Aha. Aber mein Schild ist wieder voll. Weil, dass sie immer so handgreiflich werden müssen. Oh. Oh. Ich habe so wenig Life. Ich habe noch 8 Life. Ich habe noch 28. Ich habe noch 28. Kann ich mein Leben aufladen? Ich kann eine Medi-Pad nehmen, ne? Irgendeine Medi-Kit. Du kannst, du kannst, entweder nimmst du eins hin, liegt ja noch ein Haufen Gerümpel rum. Da wird bestimmt mal eins drin sein, hier. In den Bergen. Hallo. Da ist doch, hier ist doch eins. Nein. Ach, hast du das genommen? Ja, 37 habe ich jetzt. Oha. Hier ist noch ein Berg. Da ist es. Mein Berg. Meiner. Oh, Nullz, ähm. 66, das sieht schon besser aus. Hier ist noch einer. Nomnom, 95. I'm happy now. So, und ich muss mal in den Ortsschrank gehen. Lädst du dich da auch wieder auf, oder was? Ja, da kannst du diese Medi-Kids kaufen. Ich glaube, ich habe auch welche im Inventar noch. Sicher? Mal gucken. Ich glaube nicht. Ripp, 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 ripp. Ein Schild? Was wäre denn, wo wären die denn? Die nimmst du, normalerweise nimmst du die gleich, sobald du die... Ach, automatisch, ja? Ja. Ja. Oder wenn... Also, kann man sie mitnehmen, oder... äh, nicht? Die kannst du, die nimmst du sofort auf. Schilde. Hulst du es ja, wenn du jetzt, äh, das habe ich auch vergessen zu sagen. Wenn du jetzt hier mal so, natürlich in dem Level-Bereich noch nicht, aber nachher ein paar Waffen so, den anderen mal zeigen möchtest, ja. Hm. Dann geh mal in dein Inventar. Ja. Dann gehst du, äh, mit Rechtsklick auf die Waffen drauf und auf Untersuchen. Und da werden die, äh, groß dargestellt. Da kannst du die drehen und gut achten. Oh, hübsch. Ganz cool gemacht. So. Gut, dann gehen wir das jetzt erst ab. Ich glaube, ich bleibe erst mal bei meinen 28 Leben, das passt schon. So. Ich glaube, du musst das abschließen. Oh, ne. Ich bin das nicht, ne? Hallo, Söldner. Ich habe, wenn du hier draußen eine Weile überleben willst, brauchst du einen besseren Schild. Mein untertänigster Vorschlag, besuche den alten Crimson Raiders unter Schlupf. Du wirst den Lift nehmen müssen. Hier quatscht ich irgendwas von Lift? Ja. Und für wahr, du bist der Richtige dafür. Boah. Ähm. Lass jetzt noch mal eben gucken. Ich glaube, hier lagen irgendwo noch. Hier ist zum Beispiel noch was drinne. Natürlich noch Munition. Hier liegt noch Geld. Money, money, money. Werkt er? Ja. Oh, Leben. Nein. Was denn? Oh, du bist schon wieder... Oh, nee, oder? Ich habe aber nichts gedrückt diesmal. Ich habe diesmal wirklich nichts gedrückt. Ja, würde ich jetzt auch so sagen. Ich weiß nicht, ob das eine Macke ist bei Steam oder was? Ich weiß es doch nicht. Es ist schön, wie dein Charakter so steht, wie so ein... Weiß nicht. Jetzt würde er mit dem Kopf gegen die Wand rennen wollen, ja? So eingefroren. Aber es sind immer noch die Bewegungen zu hören. Und der Schnee unter den Füßen, die sich aber nicht bewegen, der wirbelt auf. Ja freilich, jetzt hast du wieder dein schönes Zeichen. Ey, ich freue mich, kann man das nicht deaktivieren irgendwie, diesen Steam Mist? Ich glaube nicht. Hehehe. Der Charakterdaten an den Host, da bin ich. He's back. Hallo. Back in business. Back in business. Reden. Bla bla bla, Geld, bla bla bla. Ja. Abschließend. Bitte, dass der Wind so langsam wie möglich sterben, ja? Er ist wirklich ein Mistkerl. Wenn du hier draußen eine Weile überleben willst, brauchst du einen besseren Schild. Aber... Ich habe gerade etwas erhalten. Du wirst den Lift nehmen lassen. Ja, jawoll. Ja, ha. Kann ich nicht so... Wassen, 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 wassen? Äh, warte, warte, warte. Nö, die ist... Dass zwei schöne Unzeichen vorm Kopf schweben. Unzeichen? Ja. Nö. So, ich habe Spielzeug gefunden. Guck. Oh, Waffe. Oha. Warum hast du sowas und ich nicht? Mal gucken, ob du die nicht auch hast. Die haben wir gerade für die Mission bekommen. Äh... Altes Aluminium. Schaltet diesen Skin für das Catch-our-right-System frei. Wö, ich habe es hingekriegt. Kannst du draufdrücken und dann bekommst du diesen Fahrzeug-Skin. Cool. Ähm, wie heißen die... Oha. Oha. Wie heißen denn die Waffen? Hast du die? Aber... Ich habe hier eine ganze Menge Waffen irgendwie. Sowieso... Äh... Also das Ding heißt... ...Waffen auf einmal. Angry Rocketeer. Oha. Oha. So auch Waffen, die keine... ...keine Pistolen sind. Habe ich nicht. Ich könnte jetzt hier für die Shotgun... ...zwei Waffen wechseln. Ich glaube ich will die mal ausprobieren. Rob. Ach, das ist ja so eine kleine. Ne, 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 ne. Also Erfahrung gekriegt für die Mission gerade? Ähm, bin mir nicht sicher. Ne, ich glaube nicht. Ich quatsch hier nochmal an. Es gibt Fahrzeug abzuschießen. Kann ich die nicht sagen. Und für wahr. Du bist der Richtige dafür. Na gut, dann machen wir jetzt erstmal die andere Mäste. Dann müssen wir mal schauen. Also normalerweise müsste ich so etwas bekommen haben. Das wäre ja spektakulär, wenn das nicht ginge. Das wäre komisch. Kommst du, Liebes? Ja, warte, ich will meine... meine coole... coole Explosiv-Schaden-Waffe wieder ausrüsten. Mach ich gerade. So. Rap, rap, rap. Wo bist du? Da bist du. Oh, Geld. 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 Norm. Geht wohl nicht was? Irgendwie nicht. Ich glaube, wir können hier einfach runterspringen, oder? Na, wir können auch erstmal hier drüben gucken. Vielleicht kommt hier noch. Da liegt noch ein Haufen Krams. Was? Was? Da ist die Frage, wenn wir da runter springen, wie kommen wir wieder zurück? Weißt du? Gar nicht. Na, wir müssen doch eh zur Mission. Ja, aber wir müssen dann nochmal hierher wieder. Ach, wir fliegen endlich. Da lag irgendwo so eine bekloppte Batterie. Da drauf schießen hilft nicht. Na ja. Das bringen wir drüber. Wir machen das schon irgendwie. Ach, das ist sogar offen. Ach, das ist sogar offen. Ja, eben. Das ist eh... Ich bin ja... Ich bin ja... Ich bin ja... richtig bescheuert bin ich. So, jetzt müssen wir hier rüber. Ah, da ist der Aufzug. Siehst du schon? Beautiful. Beautiful. Very beautiful. Oh, guck mal. Hier, Geld. Oh, guck mal. Eidweilhaber. Ecker Geld. Die Ruhe ist sehr unruhigend. Ja. Ach, da ist da einer. Töck. Oha. Eeeh, Spaß. Autsch, Autsch. Die Knarre ist ja der Wahnsinn. Mach genau dasselbe wie deine Person oder bloß in groß. Ich will auch sowas. Pöck. Wie ist der Jackie da mehr? Ich hab hier ja nichts zu tun. Ich lass dich einfach schießen und lauf hinterher. Pöck. Geld. Hier kann man dran ziehen. Ich zieh mal dran. Ziehen find ich gut. Natürlich, ich vergaß. Der Schaltkasten des Unterschlupfs gab den Geist auf, nachdem Claptrap versucht hatte sich darin zu integrieren. Ach, so ein Scherzgeks. Besorg einfach ne neue Sicherung für den Aufzug und ignorier was er wegen dem Schaltkasten gesagt hat. Badass Rang 1 hab ich grad gekriegt. Mhm. Jetzt gehst du mal auf Tab. Jetzt mal ganz rechts hier die Wettersoption und da siehst du da Token einlösen musstest du sehen. Da drückst du drauf und dann kannst du dir, äh. Oha. Da geht's ja alles. Kannst du dir da. Ich fang gerade doch. Ich fang gerade doch. Tak. Ab geht schon wieder los. Ich bin mal eine kleine Knarre, die explodiert wenigstens, wenn ich draufschüsse. Nur damit treffe ich nicht auf die Entfernung. Der Pistole? Ich auch nicht. Aber ich bin Level 4, jetzt kann ich das schön ausbisten. Ich bin auch Level 4. Oh, das hat er geschnallt. Aua. Wer ist er denn? Psychos. Ich sitz hier mit offenem Mund und Starr auf dem Bildschirm, damit ich richtig ziele, ja. Fälligst Banane, öh, öh, öh. Öh, 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 öh. Müsst treffen. Müsst treffen. Müsst treffen! So. Aua. Da schießt da noch einer. Ja, ne, den hast du gerade weggeschießt. Da ist er. Hallo, ich sterb doch. Bitte. Alter, wie viel halten die denn aus? Oh, Luma, ich hab was Schönes für dich. Hallo. Come to me, please. Bist du hier? Ich höre Geräusche von irgendeinem komisch Typen. Ja, hallo, hier bin ich. Ja. Was ist das? 126, ein Schild. Merci. Irgendwer dreht ja noch am Rad, glaube ich. Ja, ja, ich... Irgendwenn noch quatschen. Da oben. Ach, er. Manu. Oh, jetzt wollte ich ihn schön in die Luft fliegen lassen und du knallst ihn ab. Ist ja völligst gemein. Oh, eine schöne Tonilette. Lekalschlacht im Analschacht. Was? Kennst du das nicht hier? Die lustigsten Pornotitel. Lecker. Aber eine Sicherung gefunden für uns. Sicherung einfach in Brewster's Schaltkasten ein. Dann kannst du den Aufzug benutzen. Oh, was sind wir um noch? Oh, äh, Wetter. Kann man auch mal mitnehmen. Er ist noch Explosiv-Schaden. Aber ich glaube, die ist schwächer als deine. Ich habe jetzt eine neue aufgehoben. Ich glaube, mein Rucksack ist voll. Er ist doch nicht gierig am Sammeln. Ja. Der hat ja schon wieder los wie bei Terra. Ja.